Oh, häh? Man kann eben noch...ja, ich konnte meinen Dodon ein bisschen wegschleudern. Wollen wir aufpassen. So. Man kann nämlich kaum wegschleudern, das meinte ich. So, die Zeitphase ist vorbei. Ist aber klar, der Kampf dauert halt ne Weile. Oh, meine Güte. Oh, ich war voll erwischt. Das ist nicht so einfach, ey. Der zieht richtig ab. Puh. Der schwärste Kampf. Aber ich krieg den bald. Bald krieg ich den auf jeden Fall. Oh, warum block ich nicht ab, ey. Verdammter Mist. Mann, ich fühl wieder richtig schlecht. So. So, ein Recker. Und da ein bisschen warten, wegen dem Schwert. Da ein bisschen runter geht. So. Oh, mein Gott. Ja, so eine lange Lebensleistung krieg ich mal kaum runter. Ja, das ist das Problem, ey. An dem Typen. Na. Na. Oh, passen. Oh. Das ist ja richtig übel. Der braucht gar nicht, ich brauch mein ganzes Retterchen nur für den. Aude. Ich hab ihn aber, puh. Das ist ein Brocken. Ne, er noch lebt da aber. Gleich hab ich ihn. Okay, Samurai, okay, nimm mein Schwert, folge weiterhin deinem eigenen Weg. Der Weg, den du folgst, ist der Weg des Samurais. Hui. Demonstrationen, dieses Schwert hätten wir ordentlich verdient, aber wir brauchen das nicht, was wir schon haben. Puh, harter Brocken eines Gegners ist das. Das ist ein harter Brocken eines Gegners, finde ich. So, okay. Ein harter Brocken ist das. Puh, jeder war ja beim letzten Mal, als wir das erste Mal gemacht haben, hatten wir das Glück, dass wir, äh, dass er das Schwert zerbrochen hat, bei ihm. Warum immer, dass diesmal nicht geklappt hat, diesmal. Ach so, ja, die sind ja auch noch unterwegs jetzt, diese Ninjas. Da haben wir gar keine Zeit, äh. Keine Mut, kann ich jetzt noch machen, die Ninjas. Naja. Da haben wir noch genügend in Lebens- Lebens- Oh, nur Gülen-Rettiche, meinte ich. Nehmt Energie auch. Hey, fliegen wir noch einen, aber ich glaube nicht, das Glück haben wir noch einen nicht, ne? Ne. Na gut, dann. Zeit zu sterben! So. Okay. Ne, das wird so deutlich einfacher. Okay. Du kriegst hier, wirst du an die Wand genagelt, wie sich gehört, für'n Feind von mir. So. Okay. Ah. Wie haben wir das jetzt gemacht? Oh. Ich bin erledigt. Puh. Ordentlich sehr. Wir haben ordentlich Verlust, wir haben ordentlich ne starke Nacht, äh, harte Nacht vor uns, würd' ich mal so sagen. Uiuiuiuiuiuiui. Puh. Puh. Kann man nochmal gleich einen einnehmen, kann ich ihn wieder aus dem Inventar auch rausnehmen, welche... Medizin. Die kann in den Inventar rein. Dann kann ich wieder auffüllen, ein bisschen. Und dann kann ich wieder auffüllen, ein bisschen. Ach du meine Güte. Puh. Puh. Dann können wir noch welche gekauft, würd' ich sagen, ne? So. 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 Okay. So. 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 Das ist man Почему? So. So. Das ist wasly. So. Eradıgt die Korinzchild. Warum? So? Er Premiere hat alles ein bisschen Was istiv zu weins, was ich Application College war. Er überzeugt Öl elektronische Ball hat ihn nicht. Oh Weiß doch nicht wie ich eben den durchstecken, wie ich den eben anbleiben konnte Hüpf Ah, ich hab's jetzt glaube ich rausgekriegt Ah ja, jeder spittert nie Ah ja So kann ich die durchbohren Aha Gut dann nochmal ein neues lernen Hahahaha Lass ich rein meinen Glückssack Das ging jetzt nicht gut damit Aha Man lernt auch nochmal ein neues hier Hahahaha Glücksbringer kann... Ich nehm jetzt trotzdem was mit Nehm jetzt trotzdem diesen Glücksbringer mit Ich nehm jetzt trotzdem diesen Glücksbringer mit Auch ich nicht mehr brauche, die Rettigbring auch nicht, aber Was wollt's? Hab's nachher rausgefunden, wie hier jemand abstecken kann Kurz vor Ende Ja, wir haben ein neues Neuhaus gesehen Ja, es gibt auch noch was zu lernen im Spiel, ne? Wo sieht's aus? Naja Gut, aber, wenn das geschafft... Könnt ihr ja sich das jetzt erholen Von dieser schmierigen Nacht... Es war ja wirklich übel, 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 übel Nicht übel genug, dass wir gestorben sind, also können wir alles mal in ein Inventar packen. Und wieder neue Sachen kaufen, na? So, okay. Haben wir noch ein bisschen Geld übrig? Wir sind kein Problem für uns. So. Was? Versprechen Sie, nicht böse zu werden, egal was ich tue? Ich werde nicht böse. Selbst wenn ich das mache? Ah! Oh, hallo, Mifune. Wo kann ich so einen Haarschnitt wie die Samurais bekommen? Man nennt es auch mit den Wölfen heulen. Ich hätte auch gern so einen Haarschnitt. Na, aber meiner sieht ganz gut aus, finde ich, aber... Naja. So. Willkommen im Moment kann ich dienen mit Rettig. Hier müssen wir Rettig kaufen. Ist das, was du willst, das nehme ich. Dann bekommen wir das Geld. So. Mehr kann ich nicht tragen. Gut. Danke, komm halt wieder. Ja, ich werde gleich nochmal wiederkommen und nochmal ein Decken. Das ist aller Quatsch, aber... Ich will hier Geld ausgeben. Habt wieder genügend. Kommt ein Inventar. Habt ins Inventar da mit. Dann brauchen wir halt noch eine Fuhre, die wir jetzt den Rest nehmen werden. So. Okay. Wir haben jetzt noch die Rettig hier im Inventar. Das ist gut. Und nochmal... Nach uns sogar schlüber gehen, damit wir da nochmal einkaufen können. So. Okay. Willkommen im Moment kann ich diesmal dienen nochmal mit Rettig. Wenn du da so willst, das nehme ich. Danke. Damit können sie Geld hier bitteschön. So. Mehr kannst du nicht tragen. Danke. Komm halt wieder. Das reicht mir. Das reicht mir jetzt. Ich will noch die Nummer rein. Willkommen. Okay, dienen. Ich hab mich nur geirrt. Danke. Komm halt wieder. Du bist trotzdem eine nette Kundin. Natürlich bin ich das. Na gut. Gehen wir mal. Jetzt. Können wir glaube ich... Ah, eins am Makasen, ne? Glaube ich. Status Check. Was sagt uns der? Ich sollte zu deinem Partie gehen und ihm verdoktorisch den ganzen Tod berichten. Ja, genau so sieht's aus. Halt. So. Okay. Bitte geh mit mir in Maikaze. Benia sagt, er hat etwas zu diskutieren mit uns über Sayo. Ich dachte, du willst da sein. Ich dachte, du willst da sein. Let me get straight to the point. I would like to make Sayo my daughter. You mean you want to adopt her? Yes. I have always been impressed with her honest, hard-working nature. And now that Dr. Genon has passed on, I'm sure you're all concerned about her future. I have no children to serve as my heirs. So perhaps it's fate that things should work out this way. You know, I'm sure that would make her very happy. But isn't being the heir to a prominent businessman like yourself a little too difficult for her? As you well know, she can't speak. No, no. Any child that can learn to read and write so quickly will be able to pick up the business in no time. It's just like a dream. I'm sure that nothing would make her happier. Isn't that right, Sayo? It's coming from out front. It's coming from out front. Why don't you decide to take it or don't you try to hide her? Sayo! Don't go! Heh! I knew she was here. Alright, hand her over! Warum nimmst du nicht mich? We're not gonna tell you that. Yeah, even if we told you, you'd never be able to get into Hanzaamon's place anyway. So, she's at Hanzaamon's, eh? Uh-oh! We let him slip! Who cares? It won't matter once we've killed them all. Machen wir mal auf das hier! Das gehört sich halt so. Oh. Okay. Was soll das, hm? Was klappt jetzt nicht mehr? Okay. Yo, voll abgestochen. Ah, this one's too strong for us. Damn! We'll get you next time! Wait for me! Hey! 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 We're out. Hey! Vielen Dank.